Moin meine Lieben, ich bin's wieder, euer Silas. Wie ihr hinter mir sehen könnt, bin ich wieder für euch unterwegs in Hamburg in der Golf Lounge. Denn hier findet heute ein ganz besonderes Event statt, denn dank des Trackman Range Systems und des Spiels Nearest to the Pin haben sich fünf Spieler qualifiziert, um heute einen Startplatz bei dem Porsche European Open beim dortigen Pro Am zu erspielen. Heute auch dabei ist Maximilian Kiefer. Ich versuche ihn vor die Kamera zu kriegen und ihn ein paar Fragen zu stellen. Ob mir das gelingt, das seht ihr wie immer nach dem Intro. Ich kann dir schon mal sagen, Max, wir haben einer dabei, das ist der Martin Hommens, der hat das Ding letztes Mal direkt drangehauen. Also 0,0 ist er ausgeglichen. Mit der Porsche, genau. Da hat er dir die Hand gerade geblieben. So Männer, ihr seid qualifiziert, ihr müsst diese Pin-Spiele. Das heißt, wir werden nacheinander spielen. Das machen wir, also einer hat tatsächlich die Ehre anzufangen. Und wir haben fünf Schläge auf die rein. Das sind 53 Meter. Wir können mal nach dem Start gucken, wie viel ist es denn, damit ihr auch einen hohen Richtwert habt. Und dann spielt ihr also mal nur fünf Schläge durch. Und der nächste war Mike. Mike Liss, da hat es gewohnt. Handicap. 26 Mal hoch. Ich wollte schon 34 sagen. Wie war das für dich, Pro-M zu spielen? Hast du schon mal gemacht, willst du auch Profis zusammen auf die Rolle gehen? Nee, Pro-M noch nicht gespielt tatsächlich. Wäre natürlich eine super Erfahrung, das mal zu machen. Und ja, ich freue mich drauf. Mal gucken. Kennt ihr schon organisiert? Wird sich einer finden. Ja. Toi, toi, toi. Alles sauber, Handicap 54. Ganz am Anfang, ja. Als Baby, ne? Da war ich stolz, wenn ich verzeihe. Jetzt haben wir Marvin, ne? Oder? Marvin Schieber. Handicap auch 54, aber auch 0,1 Meter an die Fahne ran. Ampizidiert also. Tore Glückssache. Tore Glückssache. Tore Glückssache. Und wie war es beim Aufwärmen? Durchwachsen. Okay, wenn du jetzt hier den Pro siehst. Guck mal, das ist eigentlich gar nicht so. Aufwärmen hat nichts zu bedeuten. Aufwärmen hat nichts zu bedeuten, sagt er. Und wie gesagt, ich war nicht Profis. Weil dich könntest du auch Pro sein, oder? Ich bin absolut. Nein, wie gesagt, ich spiele seit zwei Monaten. Oh, ja, gut. Na ja, komm. Immerhin, schon zwei Monate. Besser als die Woche. Danke. Das war ein kleiner Applaus wert. Das war die Nummer 1,3 Meter auf der Hale. Das war die Nummer 1,3 Meter auf der Hale. Das war die Handicap-Schoner. Ja, ein Handicap 33,5. 0,3 Meter hast du bei der Quali geschafft. Das würde reichen heute. Ja, ich bin jetzt mal dringend, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, erst mal tief. Lief auch nicht so gut beim Einspielen? Nicht so richtig, nein. Auf keinen Fall. Ja, wir sind mal gespannt, was du hinlegst. Siehst auf jeden Fall schon mal ganz fesch aus, so für die Golfrunde. Die Fahrtkontaktion und so. So, hier ganz lässig. Oh, hier, guck mal, das Käppich und so, da muss man was gehen. Halli, ne? Sehr genau. Halli, du hast dich qualifiziert. Einen Meter hattest du an die Pfade herangeschlagen. Wie ist denn eigentlich so dein Handicap und deine Einstellung zum Golf? Sehr gut. Herzig. Handicap fertig. Ja. Hast du ein Trainingslager extra gemacht oder so? Ich bin hier Mitglied. Ich trainiere hier. Ach so, trainierst du sowieso. Ja, siehst du. Heimvorteil. Heimspiel hat er, genau. Also Heimspiel. Und auch einfach, also ja, macht natürlich einen Eindruck hier, ne? Eine Gestalt, die ich will mal sehen. Guck mal, die drei. Danke. Würde nicht reichen, wenn du auf dem Trikot hast. Ja. Muss irgendwie eine Eins vorne sein. Oder noch eine Null. Dann haben wir aber schon mal zumindest den Wert, den wir angreifen müssen. 1,3 Meter, ne? Ja, das mach ich jetzt nicht mehr. Du hast gesagt, das hat mit Glück nichts zu tun. Ich dachte, ich kann dir jetzt noch ein paar Aufgaben stellen, dass du hier mal ein paar Trickshots machst oder so. Ja, ein bisschen Glück brauche ich bei 1,3 Meter auch. Ja, brauchst du, ne? Ja, okay. Aber dann gucken wir gerne, was du da ja zum Stande bist. Mal einen Applaus für unseren Profi hier. Max Kiefer hat ja gesagt, er trifft sie alle drei rein. Wenn ich alle Schläge so hinbekommen würde, wie der Maren dann wäre ich zufrieden. Ja, ne? Ja, wirklich. Wow! Alter Schwede! Er sagt 1 Meter, aber wir haben das alle gesehen, dass der jetzt draufgeklatscht. Halleluja! Ich glaube, er muss die nicht mehr, oder? Muss er noch? Das ist ein Zeichen, ein Zeichen. Es kann doch nicht wahr sein. Das mit dem Glück stimmt übrigens auch nicht. Ja, stimmt. Das ist alles. Warte mal. Jetzt probieren wir das mal aus. Mach es, Max! Komm, Junge! Mit Anfeuerung ist das nicht so gut, ne? Siehst du? Aber auch stark. 3,1 Meter. 1,2 Meter. 1,2. Also von drei Bällen, zweimal dichter ran. Das ist also, ne? Applaudiere ich auch. Also meine Lieben, ich habe mir jetzt den Gewinner des heutigen Abends rausgesucht, den Marvin. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt den Startplatz für das Pro Am bei dem Porsche European Open gewonnen hast. Hättest du das gedacht? Natürlich nicht. Nein. Das ist absoluter Zufall. Weil man muss dazu sagen, welches Handicap hat der Marvin? 54. 54? Seit wann spielst du Golf? Seit zwei Monaten. Seit zwei Monaten spielst du Golf und gewinnst direkt einen Startplatz bei einem Pro Am? Und darfst du mit Maximilian Kiefer spielen. Ich bin ja schon ein bisschen neidisch, um ehrlich zu sein. Hast du dich denn besonders vorbereitet irgendwie für diesen Kompetenz? Nicht wirklich. Montags und Freitags Probetraining hier in der Golf noch schon. Alles klar. Aber du hast aber schon häufiger mal auf die Bahne gespielt. Ich war hier schon. Ja, okay. Alles klar. Bist du jetzt besonders aufgeregt? Natürlich. Ich meine, wer wäre das nicht? Das war ja ein kleiner Vorgeschmack zu dem, was dann bei dem Porsche European Open Opel wartet. Da werden hoffentlich noch viel mehr Zuschauer sein als jetzt hier. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ja, danke schön. Mal gucken, ob ihr irgendwie rauskriegen, wie ihr so gespielt habt. Ich werde mich auf jeden Fall dahinter hängen, denn ich bin wahrscheinlich am Mittwochabend auch nochmal in Winsen. Okay. Dann können wir uns sehen. Herzlichen Glückwunnen. Dankeschön. Und viel Erfolg in Winsen. Dankeschön. Ciao. Also mein Lieben, wie versprochen, ich habe Maximilian Kiefer tatsächlich dazu bewegen können. Er hat sich freiwillig zur Verfügung gestellt, euch ein paar Fragen zu stellen und schlägt natürlich dabei weiter Bälle. Die erste Frage, die ich an dich habe, Maximilian, wäre, mit wie vielen Jahren hast du angefangen Golf zu spielen? Ich habe angefangen eigentlich schon als kleines Kind und dann auch viele andere Sportarten gemacht als Kind. Und dann bin ich, ich glaube, ich war 13 und bin nach Hubbelrad in den Golfclub gegangen. Und da hatten wir eine coole Jugendmannschaft damals und haben dann hauptsächlich halt, ja, nach dem Training immer viel gezockt und so. Und dann hatte ich halt meine ganzen Freunden am Golfplatz und so hat sich das dann entwickelt intensiver. Okay, also mit 13 hast du richtig intensiv? Ja, also angefangen habe ich mit 4, 5, aber als Kind machst du ja das und jenes und das und dann so ab 12, 13 war dann eigentlich nur Golf. Die nächste Frage wäre, was war dein Handicap als du Pro geworden bist? Ja, das ist im Endeffekt nicht mehr so wichtig eigentlich in den letzten Amateurjahren, was du für ein Handicap hast. Also spielst du halt so die internationalen Turniere, probierst dann da Ranglistenpunkte zu sammeln und so. Aber mein Handicap war, würde ich sagen, plus 4 hatte ich so. Plus 4, ja. Und ich war, mein Bestes war, glaube ich, 10. an der Amateurweltrangliste. Und als ich dann Pro geworden bin, war ich vielleicht da so 50. oder so. Okay. Die dritte Frage wäre, mit wieviel Jahren warst du einstellig? Oh, gute Frage. Äh, ich schätze mal, das war so 12 würde ich sagen. Okay. Genau weiß ich es auch nicht mehr, aber das müsste so 2000, ja 2003 wahrscheinlich. 13, 12, 13. Okay, cool. Die Frage Nummer 4, welcher Schläger ist dein Lieblingsschläger? Äh, wahrscheinlich Eisen 8. Eisen 8? Ja. Cool. Das ist meine, häufiger hört man den Dreiber, aber Eisen 8 ist eine geile Antwort. Viel gut. Ja, mit den Wedges ist es ja immer einfach zum Trainieren und mit den langen Eisen, da machst du auch mal schlechte Schläge. Ja, mit dem mittleren Eisen trinier ich eigentlich gerne, weil dann hast du das Gefühl, du musst gute Schläge machen, aber es ist auch nicht ganz so schwer wie mit dem Eisen 4 oder 5. gut, Eisen 8 ist der Lieblingsschläger, jetzt ist natürlich interessant, was ist deine Lieblingsdistanz? Hast du eine? Äh, wenn ich jetzt mehr so auswählen kann, ja eigentlich so nah ran wie es geht. Also auf paar 5 Löchern lieber einen kurzen Chip als so ein 70 Meter Schlag? Ja, ich habe eigentlich eine gute Wedge-System, also eigentlich so nah ran wie es geht, solange da jetzt nicht irgendwie im Rapp oder Wasser ist, aber... Cool, okay. Und wenn es so etwas für einen Profi-Golfer überhaupt gibt, gibt es irgendeinen Schlag, auf den du so gar keinen Bock hast, wo du sagst, also der ist wirklich so schwer, da habe ich keine Lust drauf. Äh, ja so ein Meter 50 Putt, Downhill, links, rechts würde ich sagen, ja wahrscheinlich. Ja, sehr cool, also ähm, ja, wie ihr gehört habt, auch beim Putten geht einem manchmal die Düse, wenn man das so sagen kann, also der Putt jetzt, ein Schlag ist bergab, ist jetzt... Ja, so eine Fitter-Destanz ist. Ja, cool. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns die Fragen beantwortet hast, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, drück dir die Daumen bei dem Porsche European Open, dass du da richtig das Haus rockst und ihr... Das geht mein Bestes. Und ihr kommt natürlich alle fleißig vorbei, drückt auch die Daumen und schaut natürlich zu. Ja, meine Lieben, das war also mein kleiner Bericht über das Shootout für einen Startplatz beim Pro-Am bei der Porsche European Open hier aus der Golf Lounge. Das Trackman Range System hat mal wieder gezeigt, wie spaßig und spannend so ein Spiel sein kann. Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Wenn dem so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch über jeden neuen Abonnenten meines Kanals, so kann ich euch über unser aller Lieblings-Hobby auf dem Laufenden halten. Ansonsten wünsche ich euch wie immer ein schönes Spiel und alles Gute, euer Silas. dann bin ich auf dem Laufenden halten. Vielen Dank.